Das ist der Bataillon Südösterreich, Punkt des Dragona-Regiments Nummer 15. Das ist der Bataillon Südösterreich. Das ist der Bataillon Südösterreich. Das ist der Bataillon Südösterreich. Das ist der Bataillon Südösterreich und somit ein Verband des österreichischen Bundesheeres richtet seine Anstrengungen zum Schutz der Bevölkerung Österreichs aus. Dies bedeutet insbesondere, sich gegen mögliche Bedrohungen von außen aufzurichten und damit unser aller Rechte, wie zum Beispiel die Menschenrechte, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und vieles mehr zu schützen. Hierzu ist es notwendig, alle notwendigen militärischen Verfahren zu beherrschen und im Äußersten, gemäß unserem treuen Gelöbnis, das österreichische Volk mit der Waffe zu verteidigen. In Kürze beginnen wir mit der Gefechtsvorführung. Ich ersuche Sie nun, den Gehörschutz anzulegen. Aufgrund des Einsatzes von Knallmunition wird es sehr laut. Insbesondere ersuche ich Sie, mit Kleinkindern einen Abstand von ca. 100 Metern einzunehmen und beziehungsweise mit Neugeborenen am Antritteplatz zu verbleiben, um hier keine Folgeschäden zu tragen. Des Weiteren ersuche ich Sie, dass vor Ihnen gefahnte Plasierungen aufgrund von Gefahrenbereichen nicht zu überschreiten. Die nachfolgende Befechtsvorführung stellt ein Zusammenwirken von verschiedenen Abläufen des infantilistischen Kampfverbandes, hier des Jägerbataillons 12, da die Soldaten haben den Aufgaben, gegnerische Kompetenten im Gebäude vor Ihnen, hier zu verlichten. Diese Volk unter Benücksichtigung der Verhältnisläßigkeit in den Fremdbedingungen. Wir beginnen nun mit der Gefechtsvorführung. Die Soldaten marschieren hier gesichert vor, das heißt, in der Waffe und Bereiche, von denen aus, ob sie gewirkt werden kann. Im Zuge des Barsches, einem militärischen Verfahren, werden diese die Soldaten angeschlossen. Die Soldaten marschieren hier gesichert vor, das heißt, in der Waffe und Bereiche, von denen aus, ob sie gewirkt werden kann. Die Soldaten marschieren hier gesichert vor, das heißt, in der Waffe und Bereiche, von denen aus, ob sie gewirkt werden kann. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ............ ...... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ............ ......... ......... ............ ......... ...... Der Athlet Tadel los, im Anschluss eine Vierpunktlandung und es geht weiter zum nächsten Hindernis, zur Balkenwelle. Hier ist die erste Welle, einmal oben drüber, unten durch, wieder oben drüber und zum Schluss nochmal unten durch. Und wir kommen zur Übergabe, einen Applaus bitte für den Herrn Korporal, toll gemeistert. Jetzt sehen Sie den Athleten am irischen Tisch, dieser hat eine Höhe von 2 Metern, er befindet sich bereits im Kanal mit dem Toppelbalken, diesen hat er in der Flankentechnik überwunden, nähert sich bereits an die Balkenstiege mit der Höhe von 3 Metern, überwindet er auch die in der Flankentechnik. Als nächstes Hindernis Wall und Graben, danach die niedere Mauer mit der Flankentechnik und als nächstes sehen wir die Grube. Diese hat eine Länge von 3 Metern, eine Tiefe von 2 Metern, als nächstes die Leiter mit einer Höhe von 4 Metern, in der Weltkampftechnik wird diese natürlich übersprungen. Und als nächstes haben wir die hohe Mauer, eine Höhe von 2 Metern und nach der Kurve folgt der Balkenstieg, diesen fordert den Athleten wieder in Sachen des Gleichgewichts, der koordinativen Fähigkeiten. Als vorletzter Sinn, dann ist der Irrgarten und es geht auch schon auf die Zielgerade zur Mauergruppe, eine niedere Mauer, eine etwas höhere und noch einmal eine niedere Mauer. Und wir sind im Ziel, meine Damen und Herren, ich bitte meinen Applaus für unsere beiden Athleten, schmerzfrei, verletzungsfrei, alles überstanden, Top-Leistung abgerufen, sehr gut gemacht. Im Anschluss darf ich Sie darum bieten, die Gefechtsverführung hinter Ihnen zu besuchen. Start ist dies für diese um 13.30 Uhr. Bitte beachten Sie die Gehörschutz-Tragepflicht. Des Weiteren darf ich Sie darauf hinweisen, dass das Benützen durch zivile Personen der Hindernisbahn verboten ist. Aufgrund von verletzungstechnischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen ist dieses untersagt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Tag der offenen Tür. Auf Wiederschauen. Vielen Dank.